Nächster Part und viel Glück! Hehehe, na, okay. Also wir sollen einen Knopf in einer Truhe finden. Guck mal, ich bin traurigsam. Wer weiß, wer ist da nach unten gegangen? Oh, ein Wölfchen! Hier ist ein Hühnchen, ein Wölfchen. Und hier ist eine Eisentür. Mit einem Diamantblock. Ja, und daran muss dieser Knopf. Ich hab die Truhe gefunden. Wo? Die ist auf dem Baum. Wo denn? Ich hab's ne. War da Knopf drinne? Ja. Au, Schmerz. So. Du... Du darfst nicht betätigen. What the hell? Scheiße. Schnell. Drück einfach und ich renn rein. Bist du nochmal dran? Ah. Suchen Sie drei Schalter und betätigen Sie sie. Okay, das ist ein Labyrinth. Bleiben wir zusammen, oder? Ach, das wird schon gehen, denke ich. Ich hasse zwei Labyrinthe. Ich hab hier einen. Und den hast du? Hier ist die Tür. Also wenn der nach unten ist, dann hab ich den schon. Also der eins haben wir schon mal gefunden. Okay. Ich kann mich noch an die Adventure Map Trapped erinnern, weil da musstest du ein Lava Labyrinth bestehen. Ich wollt grad die Tür kaputt schlagen. Hab wieder einen. Das ist schon die 3. Einer fehlt noch. Das ist... Achso. Hab sie. Was? Ja, jetzt muss man nur noch die Tür finden. Bleib mal bitte bei der Tür, damit ich mich an deinem nachholen. Moment, ich weiß wo sie war, ich laufe nämlich grad hin. Okay, ich weiß auch wo sie ist. Glaube ich. Ja. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, gefunden. Endlich mal kommen Sie sich richtig für den Quest. Wasser starten. Halt, warte, warte, werde ich noch nicht drücken. Ja, mache ich auch noch nicht. Weil vielleicht steht ja noch irgendwo ein Schild. Nee, hier sind Haufen Schalter. Okay, Wasser starten, los. Ha ha. Ah ha ha ha, lass mich raten. Wir müssen das Wasser irgendwie wo lang leiten. Ja, in das Goldene müssen wir es rein leiten, dort hinten. Moment, ich drück Hebel und du sagst, ob es richtig war. Nein, 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 das ist... Nee, das ist doch... Hier hinten sind die Schalter. Siehst du das? Und die leuchten immer. Das bedeutet, dort fließt das Wasser lang. Wir müssen also jetzt mit den Pistons den Weg blockieren, damit die in die richtige Richtung fließen. Ja, das meh ich doch, dass das da runter geht. Warte, der andere? Wo kommt das Wasser her? Ja, okay, warte, drück. Siehste? So, und jetzt brauchen wir noch den anderen. Und da muss aber das Wasser von woanders kommen, oder? Ach nee, das kommt immer von da. Oh Gott. Oh Gott. Also wir müssen den dort ganz oben. Also ne, nicht den oben, aber der dort an der Ecke da. Den müssen wir ausfahren. Nee, das ist doch falsch. Obwohl doch, das ist richtig. Der ist richtig, der ist richtig. Jetzt müssen wir den dort in der Mitte. Moment. Ja, warte, den wollte ich auch grad drücken. Nee, jetzt ist er nicht. Ja, der ist aber egal, den braucht, der ist egal, der kann ruhig bleiben. Warte, warte. Ja, den ist, da ist es. So, warte, der Rest. Ja, den dort drüben brauchen wir noch. Uh, warte mal, der Rest. Müsste. Ja. Ja, okay. Lustig. Das hat die lustig gemacht. Cool. Das gefällt mir. Oh nein, bitte nicht. Warum, warum wollen die mich nur so ärgern? Hahaha. Warte mal. Aber, wir müssen bestimmt zu den Schaltern, hä? Äh, würde ich sagen, einer geht zu dem Hinterren. Oder, Moment, wir gehen erstmal beide zu dem. Warum musstest du da jetzt sprinten für, oder geht das auf ohne? Ja. Ich brinde immer beim Springen. Äh, jetzt grad nicht. Alter, komm mal an die Decke. Wüsste ich. Das darfst du nicht kaputt machen. Springen. Wenn du jetzt loslässt, das Hocken, da fliehst du eigentlich nicht mehr hin. Und jetzt, wohin jetzt? Äh, dort hier auf diesen Kumpchen, da. Aha, und jetzt, super. Hallo? Meiner wollte grad nicht springen. Na, das kenn ich, das ist bei mir immer so. Alter, ich werd hier krepieren. Hä, wie soll die... Wie soll die das gehen? Das ist total hucklich dort oben. Da kann man nicht richtig rennen, das ist doof. Ey, verdammt, da stehen beide drauf. Renn du zuerst. Ich war drauf. Los. Na, das ist ja kein Problem. Ah! Scheiße. Aber wie kommt man von da nach da... Hä? Ich werd's ja probieren. Nee, du kannst ja nicht sprinten, weil das ne Treppe ist. Und das ist irgendwie... Das geht bestimmt, aber irgendwie... Lässt sich das nicht so machen. Hä? Ja, ich bin ja nur. Ja, schach ja. Warte mal, vielleicht muss man einen Hebel betätigen, dass irgendwie was anderes noch rauskommt. Ich geh ja schon hinten lang. Um zu gucken. Alter, bei mir lagts grad. Bei mir ja jetzt ne, weil ich nur rumstehe. Nee, also du kommst von der Treppe einfach nicht, das geht überhaupt nicht. Jetzt lagts bei mir auch hier hinten, aber es hat schon wieder aufgehört. Das geht nicht, wie will man denn von diesem dämlichen Ding dort sprinten? Das geht überhaupt nicht. Du bist scheiße grad. Jetzt geht's wieder. Irgendwie immer so an manchen Stellen. Na los, spring. Ich wissen, wie das gehen soll. Schau, ne. Ja, du kannst da nicht sprinten, weil das ist ne Treppe der... Hä? Oha. Du musst denn hier runterfällst. Au, jetzt hat mich auch aufgehört. Ich hab korrigiert deswegen. Oh, ich hab's geschafft! Ei! Du musst auf der obersten Treppe versuchen ein bisschen zu sprinten. Das ist übelst, assi. Ja, und dann? Jetzt fällst du bestimmt wieder runter und laufst nochmal. Ich hab's schon geschafft, hier ist Checkpoint. Da will wieder nicht springen. Ja, dann drück mal. Ah, dann noch nicht drücken. Ich will wissen, was da passiert. Ja, siehste? Du kannst hier drüben bei mir hoch schwimmen. Cool. Das gefällt mir. Hey, das ging mal schneller, ne? Ich mach ja die ganzen Checkpoints für dich. So, der nächste Checkpoint ist oben. Na gut, das geht aber eigentlich hier. Okay, das geht ja ne. Scheiße, noch ein Leben, hast du noch Äpfel? Ja. Warte mal, dann bleib mal bitte beim, bei dem Wasser dort, weil damit sie mir immer entgeben kann sein. Scheiße. Wenn ich jetzt noch einmal auf Falle bin ich tot. Vor allem ich kann, achso, ich bin ja auch, ich wollte es nicht essen. Wo kommst du? Wo bist du denn? Na, hier oben, beim Wasser. Ach so. Alter, das ging mal schneller. Ich weiß, das ging wirklich mal schneller. Das ist irgendwie komisch gemacht mit den Treppen, das gefällt mir jetzt nicht so. Geh mal weg. Vor allem wegen einem Apfel. Ich muss ja kurz wieder reanimieren, warte mal in der Zeit. Also du kannst ruhig schon mal, aber... Alter, der Sprung hat weh. Nein! Ach, Glück an. Ja warte, ich will mich noch reanimieren. Und weil ich die Zeit nicht gestoppt habe, würde ich sagen, nach diesen Treppen dort verabschieden wir uns und dann kann ich danach wirklich die Zeit stoppen. Ich will mich nur... Wie jetzt? Da kriegt man Schaden? Vor allem. Wo bist du eigentlich? Hier. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Ich bin beim Eingang. Ah, logisch, warum seh ich dich nicht? Ganz logisch. Also da muss man tatsächlich sprinten. So eine Gelappe. Ah, jetzt hab ich verstanden. Guck mal. Guck mal. Aua. Hm, super. Wieder so ne scheiß Treppe, auf die man springen muss. Hehehe. Alter, das ging wirklich mal richtig schnell. Wo man hier hoch musste. Konnte. Sollte. Mhm. Oder es getan hat. Wurfte. So, nochmal. Und jetzt auf der obersten Stufe kannst du dann sprinten. Also bitte wenig Platz, hä? Hat mir auch damals wehgetan. Ja, ist denn jetzt schön. Da denkst du ja, dass du oben an die Wand krachst und dann... Ja, guck, also hier, ich hab schon geguckt, hier kommen wir erst zum Schluss hin. Hier oben. Nach beendender Basis. Ja. Also müssen wir bestimmt auch nicht nach unserer Ding machen. Da würd ich sagen, wir wissen noch nicht, was jetzt hier kommt. Da würd ich sagen, wir halten hier an, weil ich hab die Zeit nicht gestoppt. Und danach kann ich die Zeit stoppen. Okay. Gut, dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss.